hallo und herzlich willkommen heute möchte ich euch time fish vorstellen was ist hier ok jetzt schnallig jetzt weiß ich was wir machen müssen so dann würde ich sagen probieren wir gleich noch mal keine peilung was wir da jetzt hätte machen können so dann würde ich sagen checken wir gleich noch mal krasse sache gut jetzt weiß ich was hier funzt was man machen muss wir probieren gleich noch mal auf jeden fall eine coole app hat irgendwie was finde ich erstmal was ganz anderes so beginnen wir gleich noch mal hier machen wir erstmal abbrechen oh man ey was ist denn das für eine pisse hier so probieren wir gleich noch mal wie gesagt gucken ob wir jetzt einen fetten rekord hinlegen wäre auf jeden fall riesen geil alter wir werden auf jeden fall immer schneller aber haben schon nicht punkte hingelegt bitter 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 sind wir da rin gesprungen naja so dann probieren wir gleich noch mal so das machen wir weg und beginnen einfach noch mal gucken ob wir unseren rekord noch mal toppen können wie immer eine coole app um sich die zeit zu vertreiben muss ich ganz ehrlich sagen hat auf jeden fall was alter wie schnell wird ist echt heftig gut dann wo wir anfangen 2039 punkte auf jeden fall richtig geil haben wir einen rekord am start so wie ihr sagt checkt die app einfach mal aus und schreibt meine kommentare was ihr für einen rekord habt wie ihr die app so findet und 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 wäre auf jeden fall riesen geil von euch so wie ihr sagt wir sind durch ich wünsche euch mal bis dann sind tschau gut